Ihr wollt eure Prüfung zur IHK-geprüften Schutz- und Sicherheitskraft mit Erfolg abschließen, aber ihr seid überwältigt von der Fülle des Prüfungsstoffs, dann habe ich was für euch. Ich habe mich lange vorbereitet auf diese Prüfung. Ich habe die Prüfung, die IHK-Prüfung der letzten Jahre intensiv durchgearbeitet, mich mit den Musterlösungen beschäftigt und das Ganze in einem Buch zusammengefasst, Lösungsschemata zur IHK-Prüfung, Schutz- und Sicherheitskraft. Und das ist alles knackig aufbereitet. Die Fragestellung dann hier mit Punkten jeweils kurz gefasst, was eben genannt werden muss, was in der Musterlösung vorkommen muss, damit ihr optimal besteht. Und habe das zusammengefasst für euch übersichtlich und ihr könnt dieses Buch erwerben im Buchhandel als E-Book oder eben hier als Printversion zum Beispiel bei Amazon, bei Weltbild, bei Thalia Buchhandlung. Also wenn ihr auch mit Erfolg eure Prüfung bestehen wollt und dieses Prüfungszertifikat in Händen halten wollt, dann könnt ihr dieses Buch kaufen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Prüfung.